Na dann, ähm... Bereits. Seite 6 ist frei, Seite 6 ist frei. Da brauche ich nur 2 Sterne, da brauche ich 3, da 4, da 3, ok... Wir haben das mit den Emotes nicht gemacht. Ja, das müsste man zum Anfang machen, wenn man einen Bot hat, der genockt ist. Das müsste man tatsächlich zum Anfang machen. Also... Ja, passt ja. Wenn man dort hinspringen... Wo ist dort? Oh Gott. Ja. Ich muss über die Brücke mit einem Auto fahren, einfach bloß. Steht doch unter der Map, überquere die brachiale Brücke in einem Fahrzeug. Ok. Die Frage ist nur... Wo finde ich einen Fahrzeug... Da ist sogar eine Tanke! Oh, dann blande ich dort. Jo. Ach, das ist direkt beim Bohrer. Schön. Hier unten wäre ein Lama glittern. Jaaaa... Brauche ich das unbedingt? Ich glaube nicht. Das heißt, wir dann Biggi und so weiter noch ein bisschen was brauchen. Erstmal schnell die Kiste. Ja! Geil! Auto! Ich habe schon mal eine grüne automatische Schrotze. Und so bringt man einer Banane das Fahren bei. Genau. Danke fürs Gold. Bitte bitte. Ja, das muss ich auch noch ausgeben. Ach, mittendrin statt nur dabei. Schön! Kann ich die Tanke weiter plündern? Da kann ich nämlich auch gleich Gold ausgeben. Nichts. Keine Nahkampfwaffe. Das gibt es doch nicht. Bist du bei mir? Ja, ich... Nee, also ich lauf grad zu dir. Aber das... Ich brauch noch ein bisschen. Okay... Jetzt bin ich bei dir. Aber grüne MK7 grad noch bekommen. Ich hab eine graue Pappe, ey, bitte. Ähm... Da hab ich das auch halt nicht. So, zwei tägliche Aufgaben abgeschlossene. Und da ich noch Gold ausgeben muss, geben wir nochmal hier einen Automaten. Äh... Ich muss Schaden an IO-Wachleuten machen, also nicht wundern. Das weiß halt nicht, wie ich... Wie viele sind das, weißt du das? Viele. Scheiße. Aber den Schaden muss ich halt auch noch machen. Boah... Oh! Anna's down. Der ist aufgeploppt. Ja, wir wollten doch tanzen. Bei denen. Äh, es müssen Spieler sein. Also. Hier liegt ne blaue MP. Oh, geil. Hab ich wenigstens etwas Schönes. Ich komm... Oh! Hier ist ein Panzer dann drinnen. Ich hab gerade noch selbst ein Drei zu kämpfen. Alter! Oh Gott, sind das viele. Ich sag doch, das sind viele. Ich sag doch, das sind viele. Kommen. Jettel. Eber점. Mit Colin. Kommen. Wo liegst du? Bei der Tanke. Wow! Ja wo bist du überhaupt hin? Ich bin hier drinnen im Gebäude. Also im Bohrer. Die Sprungschanze noch da? Hallo, ich lauf schon zu dir, alles gut. Alter Schwede, schon wieder ein Levelaufstieg. Was hat sie fallen lassen? Ja, dasselbe Schussgewehr. Oh, jetzt zieht der auch schon wenigstens gelohnt. Achso, warte. Ne, warte, beschwarte das auf. Ich hab hier sowas. Ich hab keinen Schuss mehr so ziemlich. 0 Pound, 12 andere. Oh je. Muss man mal hier drinnen gucken. Da wird noch was rum pümmelt. Die sind auf jeden Fall komplett... Da unten liegt noch ein bisschen Muni. Ja, ist das leider auch nur die? Hier ist eine Muni-Kiste. Ja, da ist noch eine große Kiste sogar. Ah, hier oben, lol. Ähm, hier, ich weiß nicht, aber das hast du glaube ich schon. Ich hab ein goldenes, danke. Durch dich hatte ich ja das goldene. Da kann ich mal ganz kurz sneaken. Ähm, ein bisschen safe instellen hier. So. Aufträge. Etabliere eine Geräteverbindung. Wir sind da, da wäre eine, da wäre eine und irgendwo eine Zone. Also dann im nächsten Part. Hast du Popel Muni? Und brauchst sie nicht? Nur 26. Ich hab selber eine Pump. Ne, Popel Muni. Die Pistol Muni. Da musst du doch hier hochkommen. Da kann ich dir... Oh ne, das nicht, das war meine Duster. 144 muss reichen. Alterschön. Ja, das reicht. Bei Pump Muni hab ich jetzt 17 Stück. Das ist besser als gar nix. Da drüben ist noch eine Kiste. Wir sind schon wieder in der Zone. Schade, dass diese Kills von den IO-Idioten nicht zählen. Bei mir hier unten wird was abgebaut und kaputt gemacht. Ja, hinter dir, hinter dir, hinter dir kommt einer hoch. Alter, doch was Strake-Skinne. Ab ihn. Snack den erstmal komplett weg. Oh. Okay, dann nicht. Schnell, 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 schnell. Nice. Puh. Aktuell ist gerade keiner zu sehen. Hier wär dann Biggy noch. Äh, ja, alles gut. Und ein schweres blaues Sturmgewehr. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ah, ich überleg gerade. Ja, ne, nehm ich alle mit. Söchen. Ich wollte da oben eigentlich an die Kiste. Ich hab's so oft gemacht, aber da konnte ich nix einsammeln. Mann, ist das geil. Mann, du warst halt auch schon wieder weg. Da hab ich doch geschaut. Und dann hab ich zum Glück den Atom. Ah, aber da oben liegt bloß ein bisschen Muni und Verbandszeug. Okay. Auf dem Schiff oben ist keiner. Da fährt ein Panzer. Fick, ne. Der leckt aber durch die Gegend. Nö, der bleibt flüssig. Also bei mir halt als er da hochgefahren ist, extremst geleckt. Na gut. Ich würd da rüber gehen und mich mit der Kanone wegschießen wollen. Das muss nämlich auch noch gemacht werden. Das ist von dir ne Aufgabe. Da wird aber geballert. Ich muss mich ja nicht weit wegschießen. Du hättest dort bleiben können. Achso. Oh, Kiste. Äh. Okay, die tausch mal aus. Jetzt hab ich ne blaue Schrotze. Ich schwimm wieder zurück. Müsste eigentlich geklappt haben jetzt. Irgendwas hat gewertet gerade, ja. Scheiße. Bei dir sind welche, oder? Bei dir wird geschossen. Nein. Ich hab nen Vogel versucht abzuschießen. Achso. Bei dir da hinten sind welche. Also ich hör Schüsse hier jedenfalls. Vogel ist down. Oh, woher warst du den jetzt abgeschossen? Von hier drüben. Mit ner Sniper. Lila MP darf ich, oder? Ja, mach, mach, mach. Da. Wow, geil. Nein, meiner. Okay. Ich werd' beschossen? Ja, von da drüben. Der ist ein Teammate. Na, nee. Andere Seite. Ich weiß aber grad noch nicht, von wo der Schuss kam. Wow, erster Kill in der Runde. Nice. Du bist von der Brücke aus beschossen worden, oder wie? Ja. Ich kann nicht sagen Brücke, oder vielleicht sogar er weiter da. Aber war nur ein, also einmal AMG Schuss, als hätte man sich verklickt. Dann war nichts mehr. Da ist aktuell niemand. Komm mal zu dir, wegen der Zone. Oh, lol. Zwickisten. Gar nie gesehen. Da oben ist einer. Ist ein Swer. Ja. Scheiße, der innen hat auf jeden Fall kein Schild mehr. Hinter uns seh ich soweit keinen. Hier wär' dann ein Infrarot- äh, Fisch. Oje. Nee, kannst du ruhig nehmen. Du hast die Sniper. Nee, will ich nicht. Okay, die sind auf jeden Fall weg. Die ich dort da angeschossen hab. Kannst du erst mal ein Versehen? Ich seh mit den Infrarot-Fisch steh ich grad gar keinen hier. Irgendwo da drüben in dem Gebiet sind auf jeden Fall noch welche. Und halt da oben sind welche. Da in dem Haus. Setz dich da eine Markierung. Nee, ich markier den Fisch. Da oben im Haus sind zwei Stück. Ich hab leider keine Auflösung, die bis dahin reicht. Nee, die sind zu weit. Auch für die Sniper. Tatsächlich. Nein, wir sind immer noch in der Zone. Wir werden auch hier auf dem Stück Insel bleiben, tatsächlich. Die sind immer noch dort am Haus. Die sind halt nicht ganz in der Zone. Wie viele Kills hast du eigentlich? Zwei von zwei. Wir haben insgesamt drei Gruppen-Kills. Wir werden jetzt zwei sogar angezeigt. Die da oben werden beschossen. Ja, da läuft einer weg. Da ist er jetzt weggesprungen. Oh, jetzt wird's neblig. Na toll. Und einer ist down gegangen da oben. Da sind welche. Die looten. Eigentlich kannst du vielleicht neidbaren. Die sneaken hauptsächlich hinterm Baum. Ja, das ist das Problem. Wenn die sneaken. Ich muss halt die richtige Höhe abwischen. Ja, jetzt wird's weg. Ja, die rennen jetzt. Das sind so eine, wie ich schon im Zone hab. Abwarten und dann... Abwarten und dann... Äh... Abstauben. Es wird's jetzt nicht mehr... Abwarten und dann, wie wir die hier ein'n- Ja, dann kommt sie an. Dann kommt sie an. Ummm... die werden auf jeden fall dort ein gebäude sein jetzt da sind wieder welche oben die fighten da oben? ja die haben sich eben weggesnackt dort 2, 4, 5, 6 also ein einzelner spieler und 3 teams mit uns die laufen da unten lang ich schieß die nicht ab ne ich hab einfach mal einen warnschuss abgegeben ja und da oben im gebäude sind welche drinnen die holen sich die die jetzt im wasser sind und irgendwo geistert in einem gewissenen Einzelspieler rum der kelt uns am ende dann alle das kann passieren tatsächlich ja ich weiß kommt ihr hier rum oder geht ihr doch oben lang ja wir müssen eh dort dahin Darko Sniper dahinten hast du den getroffen? nein aber wir müssen los die zone wird ja immer schneller da auf dem Dock sind welche da auf dem Dock sind welche ich hab's gesehen halten wir erstmal an Land und sneaken direkt hier über uns in dem Container ist die schwarze Banane und auf den Containern ist der Nächste da ist der Nächste wir sind aber halt immer noch dann im Sturm das ist scheiße hier gibt's sogar Glühwürmchen da könnten wir alles in Brand setzen ok der sneakt immer noch rum die Banane das ist der Einzelne würde ich sagen ja aber auf den Containern ist noch einer der ist oben in dem Ding drinnen ja da sieht uns gleich pass auf hinter dir die zone ja ja wir sind mitten in der zone alter Achtung Achtung der Nächste kommt ungleich halt beschiltet ich bin beide down ein zweier Team müsste noch leben ein einzelner ja hast du einen Kronensieg? äh ich hab eine Krone eingesammelt das ist noch kein Kronensieg ich muss jetzt noch einen Sieg mit der Krone haben holen nice schöne Runde und ordentlich was abgeschlossen an Gruppen aber du hast jetzt auch eine Krone wieder ja holy shit da müssen wir doch jetzt erstmal gucken hier so Stern einfordern nice wir freuen noch bis wir so das wir haben wir das wir ein das wir haben haben uns